Ist es jetzt nun ein Boot oder ein Schiff? Bundesrepublik Deutschland, Michel Nr. 2428, Tag der Briefmarke aus dem Jahr 2004. Eine wohl eher oberflächliche Recherche führte bei der Ausgabe Tag der Briefmarke Flugboot DOX aus der Serie Post vom 7. Oktober 2004 zu einer falschen Bezeichnung. Die DO-X wird in historischen Quellen immer als Flugschiff bezeichnet. Dies belegen unter anderem Ansblätter der Reichspost und ein Vortrag von Claude Dornier von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Luftfahrt am 6. November 1929. Folgerichtig wurden auch alle Flugbestätigungsstempel der DO-X mit der Bezeichnung Flugschiff versehen. Daraus ergibt sich dieser Fehler auf der Briefmarke, hier sollte Flugschiff und nicht Flugboot stehen. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Einen herzlichen Dank geht an Wolfgang aus dem Bundforum, der den gezeigten Fehler dort sehr schön beschrieben und herausgearbeitet hat. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, zackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Also bis dann, tschüss!